weiter geht's in die grid note mission das ging jetzt ganz schön flott von der letzten direkt in die hier hinein ein bisschen überraschend sonst gab es immer irgendwie noch so eine ruhephase dazwischen aber das ging jetzt hier schlag auf schlag noch weitere begegnungen mit krug was er durchaus möglich wäre halt die klappe kuma hat sich eke ist in einen grid note eingeklingt nicht dass ich wüsste das heißt du hast du was voraus wenn du das überlebst und das solltest du auch besser sonst sonst was sie ist in einem komplett anderen gebäude als du das außerdem noch ziemlich weit entfernt liegt so jetzt kommen hier noch laser dazu aber zum glück kann man an den platinen schön umklettern also ganz nett mit den lesern idee okay das klappt nicht ja oder so hier geht's schon sagen das nur um die runde zu laufen cooler raum alles jetzt wieder so ein bisschen ein kleines kletterrätsel also da kommen wir nicht weiter das könnte allerdings was werden kugasek ist wegen irgendwelcher vorkommnisse in der nähe der borbel in allgemeiner alarmbereitschaft ich glaube nicht dass es um dich geht aber sei auf alles vorbereitet sag mal sind diese komischen krüger ist trallala auf irgendwas vorbereitet sind das waren meldungen die irgendwie für ein bestimmtes gebiet gelten dass sie gar nichts mit der mission gerade zu tun hatten sie einfach nur so kam was das quasi so ansagen sind für ja die machen da jetzt patrouille oder so das klang gerade massiv danach das war knapp möchte man sagen ich dachte eben gerade ich bin zu früh abgesprungen aber ich wollte gar nicht springen ich wollte eigentlich das ist richtig ich wollte eigentlich an der wand entlang laufen lange wiege kurzer sind und das war's das war's was hast du denn erwartet du kannst jetzt von da verschwinden es gibt einen lastenaufzug ganz in deiner nähe ich bin im aufzug und auf dem weg nach unten du machst mich stolz faith gut gemacht und was ist mit mir ich habe schließlich die ganze arbeit geleitet du auch plastik chemtrails oben eben gerade am flugzeug genau gesehen das läuft doch alles viel zu geschmiert was ist denn da los ja 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 alter wie geil Ich sehe es, die Bordelmaul ist gerade in die Luft geflogen. Verdammt, Kruger sagt nicht wie in dieser Explosion durch. Faith, du solltest dich aus dem Staub machen und für eine Weile runterdrehen. Sie kann zu mir kommen. Kuma sagt, das wäre okay. Danke, Plastik. Das weiß ich zu schätzen. Sie braucht aber nur so lange einen Unterschlupf, bis sich der Sturm gelegt hat. What the fuck? Da lief wohl etwas schief mit der Explosion. Ja, das war eindeutig gebackt. Nichts wie weg hier. Aber schön, dass ich zwei Meter vorher noch sage, Moment, das läuft doch alles wie zu geschmiert. Boah, Leute. Hört auf, um nicht zu schießen. Ja, Steuerschip muss sein. Moment. Ich komme doch niemals gegen die alle an, oder? Also ich muss schräg an die Wand anlaufen. Okay, ich lege mich garantiert nicht mit eurer ganzen Truppe an. Was ist denn? Sollt ihr drohen? Oh, fuck, 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 fuck. Ja, das war so klar. Das war so klar. Oh, Mirror Search ist abgestürzt. Schön. Funktioniert nicht mehr. Aha. Tja. Probieren wir gleich nochmal. Ist denn die Aufnahme auch abgestürzt. Nö, die läuft noch. Ja. Lassen wir uns mal nicht beirren und gehen ein paar weiter. Vielleicht hat diese komische kaputte Explosion das ganze Ding durcheinander gebracht. Hat sich gedacht, oh, hier, wenn hier mein Gebäude in die Luft fliegt, dann fliegt auch gleich das ganze Spiel hinterher. Of course, why not? Dieser Startprozess dauert übrigens erstaunlich lange. Ich hatte vorhin den schon mal gestartet und konnte mehrmals, glaube ich, zwischendurch kurz zum Fernseher herüberschalten. Oder ist es irgendwas mit dieser Trial-Version? Das ist jetzt hier noch die, ähm, die EA, nee, Origin Access heißt es ja. Wir fortsetzen. Ah, okay, aber, ach so, okay, jetzt verstehe ich. Weil er den, den Level da schon geht. Na gut, dann ist er noch. Dann habe ich nichts gesagt. Deshalb brauche da so lange zu warten. Ach, das ist ja geil mit dem Comic. Aha, warum erfahre ich das nicht vielleicht in diesem Videospiel? Sie wissen schon, dieses Videospiel, was ich, äh, dann vielleicht irgendwann mal kaufe? Weil jetzt spiele ich ja noch die Demo. Das ist ja, ehrlich gesagt, für so ein extrem geradliniges Spiel ganz schön krass, dass die Demo-Fassung so lang ist. Also, hier bin ja schon mal lang. Ach so, jetzt gehe ich ja wieder zu, ähm, zu der, wie heißt sie? Plastic. Die Demo ist übrigens nur sechs Stunden maximal, wahrscheinlich, weil das ganze Spiel nur zehn Stunden lang ist. Und, was ist drauf? Die kompletten Pläne für Reflection. Einfach alles. Es ist viel zu komplex für ein einfaches Grid-Link-Upgrade oder so. Okay. Kannst du Noah anrufen? Klar. Ach, Plastic und Waze. Euch geht's gut. Was gibt's? Plastic hat das Laufwerk geknackt. Es enthält sämtliche Pläne für Reflection. Oh. Hm, komm wieder ins Versteck, dann überlegen wir uns, wie's weitergeht. Kruger, Sir, geht noch ziemlich aggressiv vor, also halt dich bedeckt. Und danke für die Hilfe, Plastic. Was ist mit dem Laufwerk? Ich will es mir genauer ansehen. Behalt es erst mal. Wir sehen uns, Faith. Äh, was ist denn Reflection? Habe ich irgendwie in der Story was verpasst, dass ich das nicht, ähm, nicht weiß? Oh, da ein bisschen Panik. Oh, jetzt kann man hier schnell reisen. Klappe zu, Koma. Mir ist langweilig. Ich hab ne Weile mit den Umweltprotokollen der Sky City rumgespielt, aber nach dem Schneesturm haben sie das ganze System runtergefahren. Hey, ich hab ne Idee. Wir verschaffen uns Zugriff auf den Metagrid. Den was? Den Metagrid. Er ist Teil des Grid, aber nur für die Unternehmensfamilien zugänglich. Sie nutzen ihn, um sensible Informationen weiterzugeben, für die der normale Grid zu unsicher ist. Wie greifen wir darauf zu? Ich hab mehrere Schwachstellen in der Metagrid-Verschlüsselung geolokalisiert. Wenn du diese Nexus-Punkte anzapst, kann ich uns vollen Zugriff verschaffen. Den ersten Knopf drücken und danach schnell zu den anderen Knöpfen rennen. Jetzt war hier gerade irgendwie ne Anzeige von wegen Schnellreisen. Infiltriere Grid-Node, okay. Aber ich hab's ehrlich gesagt nicht so schnell gesehen. Muss ich mir kurz in der Links nochmal anschauen, in der Aufzeichnung. Ah ne, Schnellreise geht jetzt einfach. Naja, ist ja schön. Dann halt so. Hier, der Metagrid. Das. Ne Trial, Zeit-Trial. Ist auch wieder irgendwas. Ja, den ganzen Nebenquatsch, den brauch ich nicht. Man läuft und kämpft und macht ja im Hauptspiel im Grunde genommen auch die ganze Zeit seinen Krempel. Also von daher. Da hinten wäre noch ganz interessant. Mal zu gucken, was das ist. Aber jetzt gucken wir erstmal hier den Metagrid. So, so wird wahrscheinlich jede... Ups, sorry. Falsche Taste. Jede Figur so eine kleine Reihe von Nebenmissionen haben. Die von dem Kumpel haben wir ja schon gemacht. Von ihrem Freund da. Jetzt ist halt die Plastik dran. Wow, 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 wow. Aber schön gemacht, wie sie so ganz verzweifelt versucht dann da noch nach Hall zu greifen. Und es ist wieder dunkler geworden. Vielleicht wird es in dieser Stadt ja einfach gar nicht... Oh, warte mal. Ach, scheiße. Ich dachte, der Greifhaken würde so weit funktionieren. Vielleicht wird es in dieser Stadt auch einfach nie richtig dunkel, weil es scheint ja eh hier irgendwie künstliches Wetter zu sein. Das würde ja dann passen. Vergiss nicht, sobald du den ersten Punkt aktivierst, werden die Firewalls versuchen, dich auszusperren. Und das ist schlecht. Das heißt, du musst schneller sein als sie. Er wartet zum Glück noch eine ganze Weile mit dem Schießen. Ja, ich weiß, es ist nicht die Aufgabe. Aber wenn du dich jetzt hier schon mal so direkt über der Nase spielst... Das war jetzt aber gerade der Maschine da. Das weiß ich nicht. Landungsschiffe sind mir auf jeden Fall schon mal wieder sehr sympathisch hier. Ja, wir haben sie gleich. Oh, 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 oh. Bisschen zusammengestoßen, die Kollegen. Dann gleich nochmal. Und du auch nochmal. Danke, und jetzt können wir das hier auslösen, oder? Geht das nicht, wenn ich Alarm aktiviert habe? Wahrscheinlich. Ergeben Sie sich. Wie soll er das Objekt aktivieren? Oh, scheiße. Scheiße. Ich wette, das ist nicht weit genug weg. Ah, aber es geht hier zu einem Safe-House. Das Allein wäre ja auch schon mal was wert. Und sie ist weg. Und du bist wieder. Allein, allein. 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 So, und das ist doch jetzt hier wieder so ein Punkte-Uplending. Und jetzt kann man es auch benutzen. Zack. Das Sicherheitsprotokoll wurde aktiviert. Haha, geil. Wieder der gleiche Fehler. Muss man sich jetzt selber die, ähm, die Reihenfolge zusammensuchen? Oder kann man das schaffen? Ich glaube schon. Das Sicherheitsprotokoll wurde aktiviert. Du musst jetzt zu den anderen Punkten, Faith. Und zwar schnell. Das ist ja komisch. Bei dem Ding kann man jetzt halten für Neustart. Das machst du gut, Faith. Nur noch ein paar. Ich habe vollen Zugang. Ob das bei den anderen vielleicht doch auch gegangen wäre? Einfach X gedrückt halten und ich habe es einfach noch nicht gesehen. Und, äh, ihr habt es wahrscheinlich schon seit ungefähr einer Milliarde Folgen runtergeschrieben. Scheiße. Das wäre eine Sache für an der Wand entlanglaufen gewesen. Dann ist das Ding aber hier jetzt schon dieser, dieser Grid-Mission gewesen hier hinten, oder? Mal kurz auf die Karte drauf gucken. War doch. Ah, ne, die ist da hinten. Ah, okay. Ne, ist doch woanders. Das Sicherheitsprotokoll wurde aktiviert. Du musst jetzt zu den anderen Punkten, Faith. Und zwar schnell. Das machst du gut, Faith. Nur noch ein paar und ich habe vollen Zugang. Das war's. Du hast es geschafft. Mann, hier gibt es echt eine Menge spannendes Zeug. Ich sorge dafür, dass du deinen Anteil an der Kohle bekommst, Faith. Und ein Upgrade. Was kann ich damit machen? Kampf, äh, so. Höherer Schaden durch, äh, veränderte Positionen. Das nehme ich mal. So. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mal eine Pause, weil ich habe keinen Schimmel, wie lange die Folge ging. Aber das war jetzt die kaputte Folge, oder? Egal. Ähm, mache ich jetzt trotzdem mal eine Pause. Bis dann.